Ja Scheiße, wir hätten nochmal schön angreifen können Warum? Hat ich das nicht vorher gemacht? Was ist jetzt los? Was? No Ich bin gerade voll konzentriert Oh Alter Wir haben es geschafft, Bitch Alter 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 Alter, haben wir es doch noch geschafft, ey. Dank der Hacke. Alter, es war jetzt aber auch echt nervend, ey. Okay, ultimatives Juts und Erwachen nicht erreichbar, einsatzbare Gegner, immun gegen alle negativen Status-Effekte. Schwarzes Gold zweimal. Oh! 79%, 52 von 66, 78%, 3.545, S-Rang. 7500 Sturmpunkte erreicht, Brillenträger, gutes Kabuto gemeint. Oh, ich kann gerade nicht mehr, ey. Ich bin gerade... Dieser Kampf, Alter, ey. Es ist gut, dass wir ihn zweimal noch mal erwischt haben, so unnötig. Und dann... Ja, super, zum Schluss habe ich bemerkt, dass man ihn auch so angreifen kann, ey. Super. Super. Ja, super. Ich bin jetzt dringend. Ich bin jetzt nicht dringend. Ich bin jetzt dringend. Dann wissen Sie es. Ich bin jetzt, dass wir uns in der Zeit eingefangen sind. Ich bin natürlich wieder. Ich bin mit dem, dass wir uns jetzt nicht dringend. Ich bin jetzt nicht dringend. Wir sind richtig, dass wir uns nicht dringend, dass wir uns nicht dringend haben. Ich bin sehr gut gemacht. Na, Sasuke. Sie sprechen alle so darüber, als wenn sie morgen aufhören würden, Ninjas zu sein, ey. Das ist wahnsinnig. Ei, 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 ei. Sö, Fahig. Äh, Fahig. Sö, Fahig. Sö, Fahig. Sö, Fahig. Sö, Fahig. Stimmt's. Hast du das auch hier zu essen? Ja, es ist alles eigentlich so schlecht. Obwohl ich noch communion butterfläche habe. Na dann vielmehr. Dann gehen wir. Ja, 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 ja! Untertitelung. BR 2018 Ich habe mich nicht mehr so erzählt, dass du mir nicht mehr so erzählst. Ich hatte mich immer so, dass ich mich so verletzen hatte. Ich hatte mich nur an der Zeit, dass ich mich nicht so verletzen hatte. Ich habe mich nur an meinem Ausmaß geholfen lassen. Ich habe mich nicht so verletzt, aber ich habe mich sehr cool. Vielen Dank. Was hat er dir erzählt, du Arsch? Der unsterbliche Akatsuki. Fertig. Also das ist mir jetzt gerade echt... Das war ein Stress jetzt mit dem Typ, Alter. Ging ja mal gar nicht klar. Ja. NARUTO! Erozenin? Wie ist es, ein paar? Ich habe es geschafft, dass ich ein Veränderungsverhalten habe. Wie ist das, was ich? Ich habe auch einen großen Hügel. Hehehe... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das hat er nicht einfach so gesagt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.